Musik Was für ein Buchstabe ist das? V ist ein Logo von Fuchs. Das ist der Opa Fahim, noch nicht fertig gemachte Kunst, das ist Kunst, das wird auch ausgestattet. Wie heißt sie? Antje? Jawoll, genau, Antje Freyer hat das uns geschenkt. Das ist ein Hei. Mein Hei, mein Hei. Das sieht noch anders aus. Das ist auch Sammlung. Also er hat ein Hei gesehen. Ja. Nein, diese Skulptur gefunden. Ja. Weil sie nach dem Blatt rein. Aber nicht einpassen. Fährst du mit mir? Ja. Ja. Ich habe dir alles angeschaut. Und was habt ihr gemacht? Simole. Ja. Plakate. Das ist eine Plakate. Und in der Fuchsbühne, in der Fuchsbühne ist keine Oper noch. Da macht man nur Schauspiel. Ja, du hast noch ein Wort. Der Biberpelz. Genau. Was ist das für der Biberpelz? Ja. Was ist das für Biberpelz? Der Titel ist Schauspiel. Der Fuchsbühne sagt, Hallo, Berliner. Und wir machen Biberpelz von Geraden. Das ist bekannt gemacht. Mit dem Auto oder an der Straße laufen. Ja. So ist es schön. Gibt es ja. Okay. Kann man da hingehen? Ja. Und dann geht die Kasse gerade gekauft und da hingegangen. Regi-Stand. Was ist Regi? Ja. 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 Schäßbier. Genau. Seht ihr alt und weiße Schäßbier? Schäßbier. Ja, Schäßbier. In der Türkei gibt es in der Türkei einen Kaffee. Ach so. In der Türkei gibt es einen Kaffee. Das ist Schäßbier. Nein. 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 Was seht ihr da? Ein Stuhl. Genau. Was für ein Stuhl? Das ist ein elektronischer Stuhl. Warum hast du I gesagt? Ich war ein Mann. Oh yeah. Okay. Was willst du nicht sehen? Das ist schlimmer als in der Türkei. Das ist schlimmer als in der Türkei. Giacometti ist ein Schweizer Künstler. Maler. Und wenn ihr nach der Schweiz auch zum Urlaub geht. Schweizer Frank. Dann bildet von Giacometti und sein Gesicht. Wer hat das gemacht? Geistliche Behinderte. Das ist eine Krankheit. Und das hängt meistens von der Geburt an. in der Türkei. Und das ist auch ein echter Hund. Das ist ein echter Hund. Das ist auch echtes Flut. Ah, dann hinter dir. Ja, dann gucken wir mal. So. Ja, ich wusste es. Wo ist das? Schaut mal jetzt euch das Bild an. Mr. President. Danke. Das ist der Mikro. Seht ihr die Linien? Was glaubt ihr, warum ihr die gemalt habt? Ja. Ja? Du? Dann kann ich mal besser erkennen, dass man es besser erkennt. Und ihr euer Bild aussucht. Ah, du hast das schon gefunden. Ja. So, möchte ich zwei Bilder. Nur ganz kurz. Einmal dieses. Und Daniel und ich halt im Informatik. Genau schaust, wenn du dann unten in den Garten gehst und malst. Wie will ich denn das malen? Natürlich kannst du wieder hochgehen. Weil es ganz schwarb, denn nur mit weißen Punkten sind. Ümit, was siehst du? Hier hat man das Bild ein bisschen verrutscht. Anna, nochmal? Die Farben wird eher dunkel. Alles rum und dann ist noch eine helle Kausch. Helle Natsch. Ich finde es eher als matt. Als was? Matt. Matt? Aha. Ich sehe eigentlich hell und im Hintergrund, das ist dunkel. Das ist natürlich am Malen, sondern, dass du nicht, äh, Melissa, hat sich in alles hingewiesen. Nicht, dass ihr enttäuscht seid und traurig seid, wenn ihr dann jetzt anfängt. Ihr habt nur diese einen, dieses eine Bild. Was darfst du nicht machen? Ich darf alles machen. Klar, er darf sich hinsetzen und darf sich die angucken, natürlich. Kannst du mal gucken? Genau, achten. Ich kann nichts mehr rutschen. Ja. 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 Anna, dem ist doch noch ein besseres? Eine andere? Meine Skizze! Was soll ich schmalen? Nein, Gott. Aber ich kann das nicht. Mit den Haaren? Ja. Das ist ja kein Restaurant. Wow. Oh, das sieht so aus. Das sieht so aus, ne? Ein Kinderbissar. Ein Kinderbissar. Dann wünsche ich euch allen ein Teamessen. Ein leckeres Essen. Ein Teamessen. So was machen wir? Guten Abend. Tschüss. Das sieht so aus. Mitteler und ein bisschen kürzer und dünner. Hammer. Geschlagen. Wie viel hat er gekostet? Ein Tausend. Wie viel hat er gekostet? Alter. Wie viel hat er gekostet? Ach lieber mein, wie gerne einmal spazieren. Ich bin Opernsängerin. Was ihr hättet ihr gesehen habt? Auf der Bühne. Wie Sängerin. Und lass mir an dem Wache die kleine Feuchen blühen. wie viel hat er gekostet? Wie viel hat er sich nicht so zu gerne. Alle stüge wieder sehen. Was haben wir noch weiter gesungen. Oder gibt es noch weiterer Sprömmel? Ein Sprömmel. Boah, ich sprömmel noch. Sollen wir singen? Jaaa. Ein, zwei, drei. Wer hat ein Eis? Hat alle Eis? Ist egal, ich habe mit dem schönen Film so gemacht. Und lächeln. Und lächeln auch? Lächeln. 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 Ich habe dieses Bild gesehen, weil die mir eigentlich gefallen hat, aber es ist nicht so schön geworden. Und schwarz, dann habe ich hier Freyja geschrieben, weil Herr Freyjas Name nicht ist und wenn ich das dann wieder abhole, wenn es geht, dann ist es nicht. Ich habe mein Bild in der ersten Etage oben in der Ecke gefunden. Ich habe es genommen, weil es mir gefallen hat mit den Formen und die Farben waren sehr schön. Möchtet ihr noch mal hierher kommen? Ja! Tschüss! 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 Ja, tschüss! Alles Gute! Tschüss! 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 Tschüss!